Hohohohoho, gefällt mir! Red Bull verleiht Flügel. Die Paula ist ne Kuh, die macht nicht einfach Mut, die macht nen Pudding, der hat Flecken, die kannst du läppeln und das mit Pudding, Schoko-Schoko-Marine, drei von Paula mit der Brille! Schnauze, ihr Drecksköhren! Hör zu, ich bin fertig mit dem Mittagessen, also bin ich auch fertig mit dir. Äh, wie bitte? Machst du Schluss mit mir? Mach's nicht noch komplizierter. So peinlich, Alter, mega peinlich! Ich meine, erstmal, wir sind gar nicht wirklich zusammen. Du bist doch der, der dauernd von einer festen Beziehung labert und rumheult, dass ihm irgendetwas fehlt. Zweitens, ich hab gesehen, dass du dich bei Tinder angemeldet hast. Mit der Frisur, wie armselig ist das denn? Und drittens, wer ist überhaupt so verzweifelt und hat was mit einem Donut? Mit einem Donut! Leute, der Typ bummst einen Donut! Als nächstes vielleicht eine Salzbrezel? Darf ich vorstellen? Die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Diese Flasche Bier ist für dich. Wenn du sie nicht öffnest, bis ich wieder da bin, dann bekommst du sogar eine zweite. Da ist etwas in uns, das unserem Leben eine Richtung gibt. Ein innerer Kompass. Folge ihm. Du gibst mir jetzt sofort eine zweite Flasche Bier, hast du verstanden? Beruhigen Sie dich doch! Hey, Kumpel, ruhig bleiben, sonst müssen wir Gewalt anwenden. Ich will meine zweite Flasche Bier! Wenn's mal wieder länger dauert, schnapp dir ein Snickers. Schnauze, ihr Drecksköhren! Drecksköhren!